hallo hallo mein name ist habo blüdelink englisch oder geschichte beides beides gibt es nicht beides gibt es nicht dann englisch disney oder marvel marvel hermetric oder coldplay hermetric natürlich sie haben einen wunsch frei was wünschen sie sich ich hab so viele wünsche einen wunsch habe ich mir eine eigene südseeinsel das ist cool was ist ihre größte macke dass ich manchmal etwas vergesslich bin beschreiben sie ihren job als lehrer mit drei worten spaß forderung und gemeinsamkeit machen sie eine typische lüdling bewegung wenn sie süßigkeiten im lehrerzimmer sehen ich weiß wer die frage was wäre eine welt ohne musik eine schlechte welt sie dürfen kurz wen grüßen kurz wen ein das ist schwierig kurz wen grüßen ich grüße vanessa welche ausreden haben sie gerne als schüler benutzt ausreden gar keine nicht lügen das langweiligste geschichtsthema ist das langweiligste geschichtsthema ist biedermeier warum ist das kepler eigentlich so geil weil hier so viel gemeinschaftsgefühl ist und alle so gut zusammenhalten ihr nachmittagsprogramm in drei worten ausruhen für die schule was arbeiten und irgendwann feierabend machen kaffee aus der tasse oder direkt aus der kanne aus der tasse wedgie oder fast food wedgie festival oder konzert beides geht ja nicht mehr dann konzert ist kleiner ihr größter moment als wir mit der band vor über 2000 leuten gespielt haben auf einem festival ihr blick wenn man ihnen viele dumme fragen gestellt hat reicht ja und was wollten sie schon immer einmal loswerden eigentlich nichts findet ganz zufrieden herr lüling vielen dank und wir wünschen ihnen alles alles gut in bremen danke danke vielen dank dass ich daran teilnehmen konnte ich bin